Schmerzen, er bewegt auch immer die Wirbelsäule mit dem Bereich vor dem Start, aber schau, der blockt, der die ersten beiden Tore mit beiden Händen, die vierte, glaube ich, hat er genommen. Damit können bei diesen Toren ein wenig außen engere Wäge fallen und der Trainer. Na ja, dann natürlich auch ein Favorit auf den Sieg am heutigen Abend und der Felix ist in...